willkommen bei einem neuen video auf unserem kanal und ja er benachtet heute bei mir der hier ich habe wieder frische haare und er ist natürlich auch ähm denkt ich wollte euch sagen könnt ihr unseren kanal ein freundes schicken ja teilt unseren kanal einfach um und ja wir machen vielleicht morgen eigentlich das video machen ja ich wollte euch einfach sagen das ist unser kanal das hier unser er macht mal ab und so ein video oder winden video kommt dann sie mir beide wir machen weil es ist auf meinem handy und ja morgen kommt vielleicht noch ein neues video es kommt etwa 5 uhr etwa ja irgendwann samstag ja so samstag 19 uhr kommt ein neues video von uns hier alle online sein und ja teilt den kanal und